Du hast den Ton, den fünften Ton. Wir sind hier genau in Mitte, Stuttgart Mitte im Hospitalfiertel. Hier ist das Jugendhaus Mitte hinter uns, was früher wirklich auch eine Spielstätte für uns war und auch ein Spielplatz, die uns auch Räume geboten haben. Max hat ja damals seinen Zivildienst gemacht, im Cumulus im ersten Stock. Und um die Jahre 92, 93 hat sich doch auch die Kolchose hier herausgebildet. Mittwochs gab es hier einen Writer Corner, wo die Graffiti-Writer in ihren Blackbooks zusammensaßen. Wir DJs haben dazu aufgelegt. Parallel dazu gab es hinten den Raum, wo die Breakdancer üben konnten. Also eines der legendären Orte. Jetzt ist gerade Schüler-Mittagstisch. Da passen wir jetzt gerade nicht so weit.